Hallo, ich bin's, Anna. Die Siegerin des Castings von GameTV Schweiz. Mit fluchenden Waffen und chaotischer Action lieferst du dir Schlachten gegen ein intergalaktisches Drogenkartell in High on Life, dem neuesten Spiel des Schöpfers von Vic und Morty. Frisch aus der Highscore und ohne Job oder jegliche Ambition hast du wirklich nicht viel vorzuweisen. Bis ein außerirdisches Kartell die Erde angreift, um sich an der Menschheit zu berauschen. Gemeinsam mit einem Team aus seltsamen und verrückten Aliens musst du nun die Heldenreise antreten und zum tödlichsten intergalaktischen Kopfgeldjäger werden, den das Universum je gesehen hat. Auf deiner Reise begegnest du allem, von Teddybären die in einer Siedlung im Urwald hausen, bis hin zu schrägen und unnötig gewalttätigen Waffen. Diese Waffen tragen mit ihren organischen Fähigkeiten und dem scheinbar endlosen Dialog viel zum Fehlingen des Schoters bei. Alles in allem wird Humor in High on Life großgeschrieben. Dies war's vorerst von High on Life. Habt ihr noch Anregungen oder möchtet ihr mir eure Wünsche mitteilen, über was ich zukünftig in den Game News berichten soll? Dann meldet euch doch einfach unter Anna at GameTV.ch. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.